Aus Sperrhandhaltung Kölzenteiler Schlag zum Kopf oder Köpfe kann ich Glocken auswärts oder einwärts Schlag von oben Glocken nach oben oder auch der Kölzglocken nach oben Stich zum Bauch Abdrehen oder nach unten klappen und auswärtsschritten Damit haben wir die Hauptangriffsrichtung horizontal, vertikal und Stich Das machen wir jetzt in Bewegung Ganz locker zum Aufhören Kann ich hier reinkommen? Nein, kann ich hier wieder reinkommen Okay, und so weiter